Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MyTime at Portia. Wir rennen einmal hoch zur Mine und minen da alles weg. Es ist wichtig. Kirchentypi. So, einmal rein da. Mhm, ein gefährlicher Ort. Da sollten wir scheinbar nicht hingehen. Merken. Gefährlicher Ort. Nicht hingehen. Ist nur unnötiger Stress. Sehr viel unnötiger Stress. Oh, was ist das für ein Müllämmer? Erzlager. Da kann ich Erz kaufen. Really? Hm, wir graben uns einfach mal da so ein bisschen runter. Das müsste nämlich gut von uns sein. Ja, wir könnten F einmal machen. Ist da irgendwas? Alter, was deckt das? Hier unten. Okay, nochmal F. Ich will immer rechte Maustaste da drücken. Ich weiß nicht wieso. Ja, auf jeden Fall brauchen wir ganz viel Kupfer. Wir stehen praktisch vor diesen Dings. Okay, jetzt ist ein komisches Glasgefäß. Dann wieder F. Sollen wir das in der Nähe? F. Licht. Rechte Maustaste. Datentest. Das ist sehr gut. Okay, eine alte Sprechanlage. F. F. Nicht rechte Maustaste. Aber merke ich es mir jetzt nicht. Ja, kann ich irgendwas erzählen, während ich da vor mich hinbuddel? Ähm. Nee, Küsse. Energiestein, geil. F. Ich möchte übrigens auch in diesen einen geheimen Raum hier in dieser Mine. Also es gibt in jeder Mine irgendwie so einen geheimen Raum. Das haben wir schon mal gelesen. Und ich möchte da, glaube ich, rein. Noch ein Ventilator. Falls uns warm werden sollte. Ist ja schon Februar. Könnte ja Sommerwald sein. Ja, es hat gerade tatsächlich draußen 11 Grad. Was halt für ein Februar oder halt auch Januar, weil es gestern auch so viel hatte. Meiner Meinung nach zu warm ist. Also ich bin so Februar mit Schnee gewöhnt. Aber vielleicht ist das ja jetzt normal. Keine Ahnung. Ich fühle mich ja mehr so, als wenn April wäre. Hat doch die Woche, als ich in der Arbeit war, einfach mal so voll das schöne Wetter. Dann hat es geregnet. Dann hat es gehagelt. Dann war wieder schönes Wetter. Und dann hat es geschneit. Und dann war wieder schönes Wetter. Das war so ein Tag. Einfach halt die Woche in der Arbeit. Cool, da ist nichts. Nach da oben. Ah, nach oben buddeln. Das ist, glaube ich, richtig asozial. Okay. F. So, ja, dann kramen wir einfach mal weiter. Unsere Energie ist eh bald vorbei. Oh, wir sind level up. Direkt mal hier das hier einstellen, anwenden, weil wir hier gerade kramen, dass wir da weniger Energie verlieren. Huch, ich wollte nicht F drücken. Ich wollte... Okay, einfach da entlang rennen. Okay, was ist das? Die denken wir, Dose, mal wieder. F. Huch, das andere ist ja direkt vor uns. Okay, cool, Sonnen, das Seitenteil. Nehmen wir den direkt unter uns. Boah, ich hab F gedrückt. Okay, nochmal F. Nehmen wir das da oben. Okay, nicht genug aus, so. Okay, dann verschwinden wir da mal. Ähm, eh. Ja. Ich find's schön, dass man sich da nicht wieder den Weg zurücksuchen muss. Ja, ich sollte gesamtmal bessere Waffen holen. Werde ich auch machen. So. So. 19 Uhr geht ja. Aber ich denke, dass diese Forschungstusse heute nicht mehr offen hat. Weil da würde ich jetzt gerne hingehen und dir das geben. Ich kann ja mal schauen. Das ist ein sehr komischer Doktor. Auf den der Anfahnen steht. Wir schauen trotzdem mal hinter. Wie ich alle immer umschipse. Ich bin alle eifersüchtig auf meine Spitzhacke, weil die sowas cooles nicht haben. Ist das, Pinky? Meine Katze, die ich adoptieren möchte. Ja. Miau. Boah, das ist unsere beste Freundin hier in der City. 18 Uhr. Okay, sind wir nur zwei Stunden zu spät? Fast drei, aber... Was soll's? War ein Versuch wert. Tobi. Ist das nicht das? Ist das ein Bär? Da, der greift das nur noch an. Da drin sind die Lamas, die wir demnächst mal am Besuch abstatten. Und hier, diese süßen kleinen Dinger hier. Ah, da hüpfen Lamas. Also unsere Farm liegt vielleicht schon ein bisschen gefährlich. Die könnten uns angreifen. Wollte ich nur mal erwähnen. So. Sind wir wieder daheim. Hallo süßes kleines Haus. Wir sind wieder da. Schön, du hast Bronze gemacht. Können wir uns eine Bronze-Axt machen? Wir brauchen ein Verbesserungs-Set. Okay, die sind scheiße-treuer, glaube ich. Ja. Schauen wir sie jetzt in die andere Kiste. Was haben wir da schon? Komm, wir haben doch sicher irgendwas von der ganzen Scheiße schon da. Okay, aber die CDs müssen wir mitnehmen. tun wir lieber das Teil dann noch rein. Das kann man auch wegtun. Ach so, da ist dann das Ding voll. Wie schön. Kann man das vielleicht noch mitnehmen? Was denn machen wir da? Irgendwie nicht. So, Holzbrotter. Aufsammeln. Ja, wir haben nur dummerweise nichts mehr. Wir brauchen nur noch Tierkot. Ja, die Bronze-Bahn, die schaffen das schon. Ja, dann gehen wir mal schlafen. Und ich würde dann mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Malta mit Portia wieder. Bis dahin. Tschüss.